Wo kommt eigentlich die Pizza her? Präsentiert von Galileo auf Wish. Über eine Million Pizzen kommen hier jeden Tag aufs Laufband. Die Pizzen kommen gerade aus der Presse. Wie es genau passiert, ist ein Betriebsgeheimnis von Wagner. Es waren die Pizzen kurz im Ofen und es kommt Tomatensauce drauf. Die Maschine verarbeitet zig Millionen Salamis am Tag. Grüße an meine Ex. Die Pizzen waren jetzt gerade 30 Minuten lang bei minus 36 Grad gefroren. Zum Abschluss werden die fertigen Pizzen verpackt und fahren über einen Tunnel direkt in die Kühlung. Noch Fragen? Servus!